Jojo Jojo servus mein Name ist Select Deckner und ich darf euch willkommen heißen zum Spieltag 6 der LWA wir treten an gegen Clashes und sein Team die Clash Code Gringers ich hoffe ich spreche das richtig aus mein Team kennt ihr aus den Teambilder von gestern er hat mitgenommen ein Rampardos ein Porygon 2 ein Keldio ein Mega Glorak X ein Maruda und ein Zapdos Zapdos, Maruda und Porygon 2 hatte ich ja safe auf der Rechnung Glorak hab ich mir auch schon gedacht dass er es mitnimmt Keldio war auch so eher dass es mitnimmt Rampardos ein bisschen überraschend aber nichts womit ich jetzt nicht aufgerechnet habe mein Gameplan ist einfach möglichst möglichst viel zu pressuren er hat Gott sei Dank sein Schäme nicht dabei vor dem ich wirklich Angst habe und eben wie gesagt ich will die Hesards rauskriegen sein Team Pressure mit Sand und so weiter und einfach offensiven Druck aufbauen damit er in seinen Möglichkeiten beschränkt ist und dann starten wir auch gleich mal in den Kampf der Kampf beginnt ich habe auch wieder die epische Kampfbaum Legenden Musik drin die ist halt richtig nice und er wird mit seinem Rampardos liegen wie wir in der Team Preview gesehen haben ich bin ja mit meinem E-Self aktuell lag das gerade ein bisschen bei mir ich hoffe das fängt sich ja jedenfalls muss ich hier drin bleiben und psychik drücken weil ich jetzt nicht den krassesten switch in den Rampardos habe weil er kann auch Surfer oder Eistrahl haben um ein hippo zu treffen deswegen dachte mir kleiner verdreht macht Schaden auf das Ding mache ich auch gute 95% circa der geht hier verkauft schlussend das geht erste Runde daneben und das hat gemeldet weil mein E-Self an der Stelle halt tot wäre so muss er leider was anderes in den Psy-Kick reinwerfen bzw sein Rampardos wegschmeißen er entscheidet sich allerdings sein Beuge und zwei hier rein zu werfen und krieg durch den download den attack boost ich drücke die Psy-Kick wir sind live op max attack timid special attack timid und das macht 40% circa leider kein to-hit und ich entschied mich hier einfach noch mal für Psy-Kick zu gehen weil ich habe gekalkt er kann mich bis auf Shadow Ball mit gar nichts rausnehmen und dann kann ich es free hitten allerdings geht er für die Genesung hier will mir hier will mich hier live op stallen natürlich vollkommen legitim an der Stelle habe ich prediktet dass er wieder für Genesung gegen die einfach für den Ränkenschmied um eben einen 2 2 zu erhaschen er geht für Genesung wie ich es prediktet habe und jetzt macht E-Self halt immens viel druck an der Stelle wünschte ich ich dürfte den z-Stein haben aber leider aber hier Psy-Kick und die macht glaube ich so um die 70% er kommt circa hin und er ist jetzt gezwungen anzugreifen er kräftet den Eistrahlen hat er so keinen Shadow Ball und der Eistrahl sollte mich nicht ausknocken nein tut auch nicht ich überlebe mit 2 kp war soviel ich weiß auch keine role außer er hat Special Attack Investment gut er geht hier 4 Schmessern Rampardos weg eigentlich eine gute Idee weil er weiß dass ich ein live op sterbe und Rampardos ist jetzt sein das Mond das er am ehesten wegschmeißen kann hätte man predikten kann ich hätte vielleicht hier dabbeln sollen oder so aber mir war es eigentlich eher wichtig der Mensch auf irgendwas drauf zu kriegen und alles was von ihm weg stirbt ist für mich im leggeben halt gut gut ich gehe hier meinen es eine wunder war das eigentlich prinzipiell gegen alles ein gutes Matchup hat außerdem sein Kelly das er hier natürlich rein holt das hat doof gelaufen aber ich habe ihr für Kelly Mennhard Kronter in Form von Mr. Mustache, Jelly Sand, Kumpel Blase wie heißt es auf Deutsch Apokalyp genau das frisst ja die Mystischwert auf Resist Immunity und Kelly hat auch eigentlich nichts außer Toxic oder eine Random Hidden Power die mich hart hitten kann hier entschied ich mich einfach Eis Sturm zu rücken weil ich sein ein ganzes Team nach Braschen kann und die Speed Control damit sichern kann er geht er jetzt in Glurak ist er also auf minus eins heißt er bräuchte jetzt schon drei Drachen Tänze um irgendwas in meinem Team zu ausbieten also Stahlober zumindest und für alles andere braucht er zwei er geht allerdings raus in sein Keldio weil er sich auf das nicht einlassen will während ich auf mein Hippotheros wechsel weil ich hier die Rocks haben wollte und ich Hippotheros eigentlich mein geplanter Glurak X Switch in guter Sandstrom triggert das ist schon mal gut ich kriege guten Chip Damage auf sein gesamtes Team aber gegen Keldio will ich natürlich nicht drin bleiben mit Hippotheros wozu auch wenn ich einen Cellicent habe dachte mir vielleicht predict das jetzt geht auf ein Toxic oder so aber nein macht er nicht und früh ist natürlich das Ziel wasser auf also wie gesagt Keldio kann mir absolut rein gar nichts und erscheint jetzt auch keine Coverage für Cellicent dabei zu haben als sonst hätte er es doch jetzt gedrückt weil ich sehe ja nicht warum ich mit Hippotheros drin bleiben hätte sollen wenn ich jetzt nicht gerade eine Bachelberry habe oder so jedenfalls geht er noch mal aufs Zielwasser hat wahrscheinlich predikte dass ich sein Switch predikte ich gehe aber einfach für Toxic weil das so wie ich das sehe keine Immunity sein Team da hat nein oder hat er das Team mit gehabt er hat er gar nicht eben mehr Toxic weiß oder Safeplay und somit kann ich das Keldio auch schon besser Händel ich hatte halt noch bis zum Zeitpunkt hatte ich halt noch Angst dass er eventuell Gedankengut Korn meint ist weil das kann ich gegen mein Cellicent Setup und das habe ich beim Team Building gar nicht so gut bedacht wenn ich ehrlich bin aber ist er Gott sei Dank nicht und ich schätze auch mal dass der Wahlschall auf Keldio liegt wie vergeht er hier in sein Maruda mit den unaussprechlichen Nicknamen an Korea ich habe das prediktet bin noch mal für Toxic gegangen weil er kann nicht drin bleiben weil er zu 90% Scarf ist und so wie das ich nur selbst mit den Toxinen selbst töten während Cellicent halt gar keinen Schaden nimmt abseits vom Sandsturm habe er sein Maruda auf der Switch in erwischt hätte ich zwar tendenziell lieber geburnt gehabt mit dem Siedewasser wenn ich ganz ehrlich bin weil ich kann jetzt eigentlich fast nichts in dieses Maruda reinholen das ist richtig lächerlich weil meine Pflanzen resist ist Pinzeer und Pinzeer will aber keine Coverage von Maruda fressen auf jeden Fall muss ich hier meine Hippotheros reingehen wenn der Joyce Bennett ist sterbe ich wenn er defensiv ist sollte ich eigentlich jeden Hit nehmen das macht unglaublich viel Damage weil es ein Crit ist und das war jetzt super ärgerlich für mich weil das werdet ihr jetzt gleich sehen ich weiß dass Hippo auf jeden Fall schneller als sein Maruda ist und bin hier für die Tarnsteine gegangen weil ich dachte er nimmt mich halt den folgenden Turn eh raus dann ist egal habe ich nichts die Rocks draußen und bei Runden Sand aber geht hier für den Turbo dreher und kann man Hippotheros rausnehmen bloß die Hesards entfernen und wenn er den Crit nicht bekommen hätte dann wäre das nicht möglich gewesen also ich finde das ist schon ausgleichende Gerechtigkeit für den bisschen Runde 1 weil die Tarnsteine hätten wirklich wirklich sehr viel Work in dem Battle gemacht und er hat meine Hippotheros halt nicht so ich hätte mir das war verloren ich hätte das Maruda auch rausnehmen können dann mit Pinzeer oder es ist ein Wunder oder was auch immer auf jeden Fall gehe ich hier mit Pinzeer um endlich die Mega rauszuholen er hat auch keine Tarnsteine Liga mehr jetzt muss sein Rampardos weg ist und ich dachte mir ich mache jetzt eine Prediction die auf Steinkante weil Zaptus Obvious ist aber er braucht sein Maruda natürlich nicht mehr das habe ich jetzt zu dem Zeitpunkt nicht gesagt und Gott sei Dank geht er nur für den Anker Schuss und nicht für Steinhagel weil ich glaube Maruda kann Steinhagel erlernen ich wollte das jetzt vom Kopf nochmal recherchieren aber jetzt kurz darauf dann doch vergessen das zu machen jeden Fall wir nehmen den Anker Schuss ein relativ gut weil Pinzeer einen verdammt geilen physischen Ball hat und Maruda Steht man Toxic das heißt das ist ein Kill für Hippotheros wenn mich nicht alles deutsch er geht natürlich sein Zapdos hat nichts zu verlieren weil ich kann es mit meiner Steinkante nicht rausnehmen nicht mal mit dem Crit wenn er physisch defensiv ist was er wahrscheinlich ist ich gehe einfach auf meinen Jesus Zwiebus weil ich denke eine Hitzewelle er geht allerdings für Donnerblitz fand ich jetzt von ihnen nicht so gut gespielt wenn ich ehrlich bin weil es war irgendwie ob wir es dass ich nicht rausgehe und T2 hätte halt mein ganzes Team besser getroffen aber halb so schlimm ich gehe einfach für den Rockslide ganz safe während er in seinen Porygon wechselt und das eigentlich mehr oder weniger wegschmeißt und wir haben übrigens bei Zapdos gesehen dass er Pressure hatte nicht statik was wovor ich eigentlich mehr Angst hatte aber gut für mich in jedem Fall geht es ein Porygon ich gehe auf Eisenschädel falls er nicht doch ein ball sie switch in Zapdos zurück gemacht will ich das nicht für free rein kommen lassen und hier geht er wieder in St.Caleo so an der Stelle hätte ich jetzt ein Double von ihm predikten können weil Cellicent super obvious ist aber ich bin trotzdem einfach ein Cellicent gegangen weil ich halt dadurch nicht wirklich was verliere und er hat darauf glaube ich auch plädiert dass ich auf sein Double plädiere also hat das Play dann für mich gut funktioniert wir sind ja in einer sehr guten Position ich kann ja jetzt einfach IC Wind drücken egal was reinkommt ich kann den Speed lower und sein ganzes Team da nur nerven mehr oder weniger ich komme aus dem Lurag rein perfekt für mich kann ich schon abfeuern und er ist auf minus ein Speed das heißt er bräuchte schon wieder zwei Drachentänze um irgendwas bei mir zu ausbieten solange ich nicht auf IC Wind gehe was halt der der Ausgleich wie vergeht er für die die ich gehe für Eissturm das heißt er ist wieder auf minus eins das heißt es wieder langsamer als der Rest von meinem Team mit Abstand von Cellicent wahrscheinlich oder geht noch mal für Drachentanz alles für mich kein Problem weil ich kann es dadurch mit allen Menschen worauf ich Lust habe und ich bin hier glaube ich stur nicht bis auf Toxin gegangen weil er auf Minus ne warum bin ich auf Toxin gegangen einfach weil ich den Roost glaube ich bringt also ich habe auf jeden Fall ein Balki Saat Ex irgendwie auf der Rechnung gehabt beziehungsweise Roost spielen wird habe ich mir fast gedacht und jetzt sehen wir auch diese Runde und ja solange er auch Plus Null ist ist für mein Team halt auch noch okay weil PC Outs bietet dann ist die Wohnhauts bietet dann und ja Stallobohr aus bietet nicht mehr aber er geht in der folgenden Runde sogar für Roost das heißt ich kann wieder IC Wind drücken und er ist dann wieder bei Minus es hat bei minus eins hat bei minus zwei ich weiß es gar nicht ich habe es gerade leider nicht aufgepasst weil er müsste glaube ich bei minus eins sein wird es ist eigentlich egal auf was er auf welchen für Herr Ranger ist und ich gehe für Eissturm okay da ist mir doch sicher ist jetzt ist er auf minus zwei so weil ich weiß dass ich irgendwann im Kampf nachgeguckt haben unter dem Bildschirm auf wie viel Minus Speed der ist und das wurde mir ein zweier angezeigt das war jetzt der zu hören so als Randnotiz ja das bisschen Story tut mir leid aber Toxic und IC Wind machen hier gute Arbeit und in der Wunde habe ich mich dazu entschieden einfach in mein Stallobohr zu gehen weil ich dachte mir er wird den Flair Blitz nicht drücken das wäre für ihn halt einfach im Minus Play weil ich eigentlich nicht wirklich einen Grund habe rauszuwechseln und hier kommt Stallobohr rein nimmt den die Drachenklau ziemlich gut für das das ist ein plus zwei ist aber es ist allerdings normales Glorak und nicht noch immer das Mega Glorak was ich auch vergessen habe zu dem Zeitpunkt deswegen kommt jetzt vielleicht ein komischer Turn und zwar mega der jetzt ist ein Mega Glorak X und ich gehe hier einfach für Erdbeben und er hat mich danach gefragt warum ich nicht für Rockstar gegangen bin weil er meinte er kurz davor gewesen nicht zu megan und ich muss ehrlich gestehen ich hatte einfach gar nicht auf den Schirm dass er noch nicht gemegert ist ich habe nicht mehr daran gedacht dass er noch dass er sich noch nicht gemegert hat habe einfach random auf Earth Creek gedrückt aber hat hat ja funktioniert also eigentlich habe ich prediktet dass er mega mitten der Runde war ja glasklaner auf jeden Fall kommt sein Zaptus 3 ich kann hier mit Steinhagel guten Damage machen müsste mehr oder weniger ein To-Hit sein ist es auch und er geht für die Heat Wave die mich dann leider rausnimmt so und jetzt kommt ein Key Turn sage ich mal ich kriege hier Leftovers Recovery jada 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 und wir sehen er müsste jetzt ungefähr bei ich schätze mal 55% sein wahrscheinlich nicht mal er wird so irgendwo bei 54 53 sein ich gehe mir jetzt nebuna und drücke den Abschlag weil Min Damage ist 52% das heißt sollte ich blende hier die Roll ein und er überlebt es leider knapp und geht für die Donnerwelle das ist richtig dumm gelaufen für mich ich hätte auf Icing Crash drücken können aber der hätte nicht missen können ich dachte die Roll kann man schon riskieren aber so wie so wie mit Abzug gegen Toto hat natürlich sie wunderbar wieder nicht die Roll bekommen aber naja was müssen wir machen auf jeden Fall geht er hier für den Ruheort ganz safe weil er jetzt schneller als ich ist und ich kann hier mein Cellicent gehen dachte mir wenn dann drückt er eh die Heat Wave oder Ruheort deswegen war Cellicent jetzt eigentlich ein relativ unriskanter Play hier und hier gehe ich wieder raus in mein Snibbuna weil ich den Ruheort nochmal prediktet habe wahrscheinlich ja eigentlich im Nachhinein war das ein riskanter Play das habe ich jetzt gar nicht so bedacht ne aber egal auf jeden Fall Icing Crash sollte hier reichen weil ich bin Joyce Bandit oder wenn dann bringt es auf jeden Fall in die Range von Pins hier geht für die Heat Wave habe ich gekalkt kann ich nehmen und hier kommt die Full Power und die hat leider Gottes gemattert wenn ich den Icingle Crash eben darauf folgenden Turn also in der Runde dann getroffen hätte weil dann wäre das Spiel vorbei gewesen weil dann hätte ich einfach Icingle Crash spammen können und hätte damit Pins hier das Subvention können hier muss ich dann leider wieder rausgehen den Cellicent auf die Heat Wave hier hätte er eigentlich für Donnerblitz gehen können verstehe ich nicht warum er das nicht gemacht hat weil ich kein guter Play von ihnen aber vielleicht hat er es aus Mitleid für die Full Power gemacht keine Ahnung auf jeden Fall geht er für Tibolt ein Cellicent tank die zu meinen überraschend ich habe da gar nicht mehr gekalkt ich habe auch schon ein bisschen die Hoffnung aufgegeben aber jetzt habe ich dann tatsächlich wieder eine Chance und ich gehe hier für den ICB Treffer ich kriege den Speed Drop und bin jetzt schneller und da er mich von der Hälfte circa vorhin nicht ausgelockt hat heißt das dass mein Cellicent jetzt sein Dings dass ich gegen Recover kann als gehe ich hier für das Siedewasser ein bisschen Damage weil ich muss ja ungefähr auf 50% kriegen damit die Steinkante reicht ähm kriegt den Burn ist hat seine Vor- und Nachteile ich kriege zwar residual Damage drauf aber ein Toxin wäre an der Stelle besser gewesen weil dann könnt ihr mir hier nicht ähm lässt sich rumstollen vor allem wenn er ähm jetzt so wie er jetzt auf den Hut gegangen ist wäre Toxin besser gewesen weil ich hätte einfach jetzt im Cover stallen können aber er hätte natürlich auch Donnerblitz gehen können deswegen war Siedewasser in der Stelle eher mein Play jedenfalls geht er hier raus in St.Cellio während ich Eichsturm rücke und ich muss jetzt überlegen auf jeden Fall Calio konnte bis jetzt das ganze Spiel nichts gegen mich machen und deswegen habe ich hier einfach ähm auf die Recover gedrückt auf die Hoffnung dass er halt echt nichts gegen mich hat wenn dann hat er sich gut ähm aufgehoben aber ich bezweifle dass er irgendwas hat was mein ähm ähm Gellisent gut trifft deswegen gehe ich hier einfach aber er geht auf Zapdos wollte einfach nur den Speed Drop entfernen aber das bringt ihn halt nur bedingt was weil ich halt jetzt wieder über 50% habe und jetzt wieder einfach Eichsie bin drücken kann deswegen war das jetzt eigentlich ein Gärtner jetzt nur sein Calio unnötig Damage fressen lassen wenn ihr mich fragt ich kriege wieder einen Burn Schaden aber sein Place ist auf jeden Fall sein Zapdos auf über 50% zu halten und beim Play ist es jetzt sein Zapdos auf 50% zu bekommen auf jeden Fall gehe ich hier wieder für den Eichsturm treffe Gott sei Dank alle das ist wenigstens etwas Positives mein Glück wundert es mich das Eichsturm noch nicht gemisst hat und das jetzt hier ist ja stalllastig leider ähm ja geht hier wieder für T-Bolt knockt mich nicht aus an der Stelle wird wahrscheinlich für Roos gehen ich gehe für Genesung ja ja na ja da ich spiele hier den links ein bisschen vor glaube ich gleich es geht hier für die Dollarwelle ähm ärgerlich für mich weil ich jetzt mehrere Eis zuvor holz circa 3 Eis Stürme um ihn zu out speeden aber solange wir keine Full Parade kriegen können wir das Match noch reißen weil wir müssen ihn auf Minus 2 Speed kriegen damit es Nebuna out speeded und dann können wir ihn halt Immense Pressure weil St. Calio möchte jetzt auch nicht unbedingt in den Choice Banded Icicle Crash ähm wein wechseln dann habe ich hier einfach einen IC Wind hier ist jetzt auf Minus 2 das heißt es Nebuna ist schneller und jetzt dann ist mein Play ihn halt auch entweder mein Chilisent wegzuwerfen oder auf einem Term wo er most likely roosten will einem ist Nebuna zu dubbeln oder zu wechseln halt beziehungsweise ne oder geht hier für den Donnerblitz ich tank den ich bin hier wahrscheinlich für Siedewasser für Eis Sturm gegangen damit ich hin auf die Funktion aber ich krieg hier die Paralyse sehr ärgerlich für mich sehr ärgerlich für mich und jetzt muss ich natürlich Recovern und ihm versuchen mit Siedewasser auf 50 mit dem Siedewasser Verbrennung auf 50% gehen zu lassen und dann ist Nebuna zu dubbeln das ist jetzt meine einzige Chance und kriege aber leider ein zweites Mal der Name die Paralyse und ja da ist so ich bin der Bein und das hat gemattert dazu sage ich aber am Schluss jetzt noch was und jetzt ist es halt mein Play ich habe mich leider nicht getraut auf die Pursuit zu gehen und dann muss ich entweder die Pursuit drücken oder ein Icicle Crash wenn er Pursuit wenn er roostet wenn ich Pursuit drücke habe ich verloren und wenn er rausgeht und ich Icicle Crash drücke habe ich auch verloren das heißt hier mehr oder weniger eine 50-50 solange ich nicht paralysiert werde und ihr seht eigentlich draußen ich habe mich leider nicht getraut auf die Pursuit zu gehen wäre auf jeden Fall eigentlich zu 100% der Play gewesen man kann hier schon von der Electric Nein sprechen mehr oder weniger hier kommt sein Keldio rein kriegt leider nicht genug Damage vom Eistapfagel dass man es sich lohnen würde nochmal drin zu bleiben bei hier bin ich in Pinz hier gegangen in der Hoffnung dass ich vielleicht das Gold lebe ich habe aber gar nicht gekalkt aber ich glaube in dem Minroll kann ich tanken im Minroll macht ähm also 75 beziehungsweise 76 Kp sind so die untersten Rolls also ich hätte den Zählein nehmen können habe ich aber nicht das ist so langer Timmel ist wovon ich aber ausgehe und jetzt habe ich eigentlich kein Problem mehr mein Play ist hier einfach Eishat zu drücken um das Ergebnis kleiner zu halten und dann kommt Zaptus rein wenn ich Zaptus und er auf Heatwave drückt und die Miss dann habe ich noch eine Chance mal gucken was passiert er geht es in Zaptus rein und Eishat macht so um die 40% 43 oder so ja kriege aber leider nicht den Crit Crit hätte wahrscheinlich sogar gereicht er geht sogar für Heatwave nicht für T-Bolt das war eigentlich auch ziemlich ballsy von ihm aber er trifft leider und damit haben wir den Kampf 1 zu 0 verloren an TG an Clashes war ein spannendes Match auf jeden Fall der Hex war halt dumm in dem Play sag ich mal er hatte auch einen Kopfstoß Miss Turn 1 dem will ich gar nicht kleinreden der hat auch echt insofern gemattert da ich mein Eishat verloren hätte aber ich hätte das Intim halt anderwertig pressuren können sag ich mal und vor allem er meinte der Poregon 2 wäre Pizzaro Raum weil das hätte ich halt mit Toxin ein bisschen ausstauen können und ja ich weiß nicht ich glaub die Full Paras waren halt entscheidender als der Kopfstoß Miss aber wenn das jetzt jemand anders sieht dann bin ich natürlich gerne bereit in den Kommentaren darüber zu diskutieren beziehungsweise akzeptiere ich auch eine andere Einsicht aber meiner Meinung nach hätte ich das Game zu was die Trefferquote von Eishatphagel 90 oder 95 wahrscheinlich zu 90% gewonnen wenn nicht die Full Parra kommt und ich den Icicle Crash mit Stibona in den Turn treffe aber so ist es leider manchmal nächste Woche spielen wir gegen Rhyme und sein Team Pardon gegen Rhyme und sein Team Straight Outer Wurzelheim da muss unbedingt mal wieder ein Win dran zwei Looses hintereinander sind nicht so schön für die Team Motivation aber wir werden uns rein halten hoffen dass alle anderen diesen Spieltag verlieren natürlich die Fonds sind und ähm wer spielt äh Golden Rhyme spielt gegen Eesliga Esel da halt ihr natürlich zu Eesliga Esel ich hoffe mein mein Junge bringt den Siegen nach Hause und bis dahin macht's gut ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend Euer Ile haut rein Servus das 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 das